Eine brutale Mordserie zieht sich durch Amerika. Bei den Opfern handelt es sich um sechsjährige Mädchen, die in Beten der Stellung aufgefunden wurden. Beim letzten Opfer findet das FBI endlich einen Hinweis. Blut- und Hautspuren des Mörders auf einem Kruzifix. Ein Dernes-Vergleich liefert ein seltsames Ergebnis. Bei dem Mörder handelt es sich um den Mann, der im Turiner Grabtuch eingewickelt war. Jenem Tuch, das nach neuesten Forschungserkenntnissen als das Grabtuch von Jesus Christus gilt, ist der Sohn Gottes der gesuchte Serienmörder. Alles scheint darauf hinzuweisen, umso mehr, als das Tuch sich plötzlich zu verändern beginnt. Atemlose Spannung garantiert. Also liebe Leute, das war's. Ich kann euch nur sagen ein spannender Roman, den ihr erst weglegt, wenn ihr die letzte Seite umschlägt. Der Roman ist ein Kracher. Ich habe während des zweiwöchigen Krankenstandes. Alle drei Romane von indianischen FBI-Agenten mit Spitzname Häuptlingen, regelrecht verschwunden. Schlungen. 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 Vielen Dank.